Wie würde sich dein Leben verändern, wenn du jeden Monat völlig passiv 600 Euro extra verdienen würdest? Ich gehe mal davon aus, sehr positiv. Du könntest dir einen besseren Urlaub leisten, du hättest weniger Geld sorgen und das alles möchte ich dir im heutigen Video ermöglichen mit dieser Strategie, die ich für dich rausgesucht habe. Die Seite, die euch das möglich macht, nennt sich Amazon KDP und hier auf dieser Seite läuft das Ganze folgendermaßen ab. Ihr habt eine digitale Datei und diese digitale Datei müsst ihr einfach nur auf der Plattform hochladen mit eurem Cover zusammen und dann bekommt ihr auch schon euer Geld gut geschrieben, wenn ihr einen Verkauf generiert. Das bedeutet im Klartext, Amazon druckt dieses Buch aus und verschickt das auch an den Kunden. Und das Tolle daran ist, man kann hier völlig kostenlos loslegen. Ihr seht, hier auf der Seite kann man sich völlig kostenlos registrieren und dann auch schon heute loslegen, die erste Datei einzureichen. Aber natürlich sollte man auch nachschauen, welche Nische denn profitabel ist, um auch wirklich gute Einnahmen zu generieren. Und dafür ist kein anderes Tool besser geeignet als Publisher Rocket. Packe ich euch natürlich alle Seiten mal unten in die Beschreibung rein. Und wenn wir hier ein bisschen weiter runter scrollen, dann sehen wir auch gleich, was dieses Tool kostet. Keine Sorge, es kostet nichts monatlich. Ihr bezahlt einmalig 97 Dollar und habt sogar eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und dank diesem Tool kann man richtig interessante Nischen rausfinden. Hier habe ich zum Beispiel die heutige Nische gefunden. Das ist ein leeres Comic-Book. Und wie man hier ganz gut sehen kann, bei den monatlichen Earnings sind wir hier bei 641 Dollar im Monat. Und rechts auf der Seite auch ganz, ganz wichtig, hier natürlich der Score. Also wie gut ist diese Nische? Sollte man da wirklich reingehen oder ist diese überfüllt? In meinem Fall ist die Zahl grün gekennzeichnet. Das bedeutet, wir haben hier wirklich eine sehr gute Nische gefunden. Um weitere Nischen zu finden, hat man die Möglichkeit, hier oben auf New Search drauf zu gehen und dann hier das jeweilige Buchthema einzugeben. Also zum Beispiel linierte Bücher, karierte Bücher. Da kann man dann schauen, ob es sich wirklich lohnt, in diese Nischen reinzugehen. Um diese digitale Datei zu erstellen, habe ich euch heute zwei verschiedene Wege mitgebracht. Und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr entweder Zeit sparen möchtet oder ob ihr Geld sparen möchtet. Das heißt, ihr habt einmal die Möglichkeit, einen Freelancer zu suchen, der für euch das Ganze erledigt. Oder ihr könnt durch gewisse Plattformen das Ganze auch selber erstellen. Kommen wir erstmal zu der Low Budget Methode. Dafür braucht ihr lediglich ein einziges Abo. Das kostet hier in diesem Fall, wenn ihr das über den Link unten in der Beschreibung holt, einen einzigen Dollar für den ersten Monat und danach gerade mal 9 Dollar im Monat. So, für was brauche ich jetzt aber hier die Seite Creative Fabrica? Hier kann ich nämlich diese digitalen Dateien direkt fertig runterladen, um diese dann hier auf der Seite Amazon Kindle hochzuladen. Dafür muss ich einfach nur hier auf Creative Fabrica gehen. Dann gebe ich hier einmal KDP Interior in die Suche ein. Und schon kommen hier ganz viele verschiedene digitale Bücher raus, die man auch tatsächlich so verkaufen darf. Es gibt hierbei aber nur ein kleines Problem. Denn wenn es dieses KDP Interior schon mal auf der Plattform gegeben hat, dann wird Amazon das Ganze ablehnen. Aber dafür gibt es auch einen kleinen Trick. Und keine Sorge, dieser Trick ist wirklich sehr einfach auszuführen. Ihr braucht hierfür nämlich die kostenlose Version von Canva. Ich meine, ihr könnt euch natürlich auch gerne die kostenpflichtige holen und dann mit Canva eure eigenen KDP Interiors erstellen. Aber für diese Methode reicht die kostenlose Version aus. Hier müsst ihr dann euer KDP Interior hochladen. Also mit einem Rechtsklick in die Eigenschaften gehen auf diesem Design drauf. Schauen, wie groß denn die Größe ist. Und dann müsst ihr hier oben rechts in die Ecke gehen auf Design erstellen. Die Größe einmal hier bei Benutzer definiert eintragen. Also die Breite und Höhe. Sagen wir jetzt einfach mal zum Beispiel 1800 auf 2700 Pixel. Und wenn ich dann die Größe ausgewählt habe, muss ich links auf der Seite bei Uploads dieses KDP Interior hochladen. Und dann hier mit einem einzigen Klick einmal reinladen. Und das dann hier wirklich so groß transformieren, dass es auch wirklich drauf passt. Ja und im Endeffekt läuft das dann hier folgendermaßen ab. Ich mache das gerade nochmal weg und ziehe mal hier diese Linien auf. Wir sagen jetzt einfach mal, ich habe das hier auf Creative Fabrica runtergeladen. Und wenn ich jetzt vorhabe, das abzuändern, habe ich jetzt hier viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Nämlich kann ich zum einen hier auf die Elemente drauf gehen. Könnte mir dann hier als Beispiel hier dieses Quadrat nehmen. Das könnte ich dann einmal in weiß machen. Und jetzt könnte ich das hier nach oben packen. Also hier oben rechts in die Ecke. Und könnte sagen, okay, schau mal, hier oben rechts in die Ecke packe ich jetzt ein gewisses Design rein. Zum Beispiel dieses Blatt hier. Das kann ich einmal anklicken. Kann das dann hier oben rechts in die Ecke ziehen. Ein bisschen kleiner machen. Mittig platzieren. Und schon habe ich auch mein eigenes KDP Interior erstellt. Das mit den Linien war jetzt ein einfaches Beispiel. Aber wenn ihr das wirklich selber erstellt, müsst ihr bedenken, wenn ihr gerade halt wirklich so ein aufwendiges KDP Interior habt. Wie sagen wir jetzt einfach mal zum Beispiel dieses KDP Interior. Dann ist es natürlich sehr, sehr umständlich, dieses selbstständig zu erstellen. Deswegen mein Tipp, geht auf die Seite, ladet euch das runter und ändert einfach nur so ein bisschen den Text ab. Vielleicht noch ein paar eigene Design Elemente reinpacken. Und dann wird Amazon auch überhaupt nichts dagegen haben. Habt ihr das soweit mit der ersten und zweiten Seite getan, dann müsst ihr diese beiden Seiten hier auf Canva runterladen. By the way, ihr könnt hier unten eine Seite hinzufügen. Und hier könnte ich dann die erste Seite reinladen. Und diese auch noch ein kleines bisschen verändern. Nachdem ihr das Design erstellt habt, geht ihr oben links auf Datei. Dann einmal auf Download. Und ganz wichtig, bei dem Dateityp einmal PDF Druck auswählen. Und dann auf Download gehen. Wenn ihr das dann soweit runtergeladen habt, dann packt ihr diese beiden Seiten einmal in einen Ordner rein. Mit eurem Impressum. Also das Impressum könnt ihr auch sehr, sehr gerne hier auf Canva erstellen. Dazu einfach hier das einmal nochmal rauslöschen. Links auf der Seite den Text aufrufen. Und hier kann ich dann oben reinschreiben Impressum. Dann kann ich das einmal oben mittig anrichten. Was genau in ein Impressum rein muss, habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Das Video findest du jetzt hier oben in der Infokarte. Ja und wenn ihr dann soweit eure drei Daten habt, packt ihr diese bitte einmal in einen Ordner. Denn jetzt müssen wir hier die Seite 2, also unsere Content-Seite. Das ist in diesem Fall hier die Seite, wo man auch wirklich etwas ausfüllen kann. Und diese Seite müssen wir jetzt ein paar Mal multiplizieren, damit wir unser Buch auch schaffen können. Das bedeutet, ich kann jetzt hier die Seite 2 einmal mit einem Rechtsklick kopieren. Und bevor ich jetzt diese ganzen Kopien mache, muss ich hier wirklich auch das Impressum unter die Seite 2 bringen, dass ich hier die richtige Reihenfolge habe. Also Seite 1, Seite 2 und darunter das Impressum. Das kann ich realisieren, wenn ich mit einem Rechtsklick draufgehe und vor das Impressum einen Buchstaben schreibe, der auch wirklich nach dem S kommt. Ja und jetzt habe ich die Möglichkeit, mit STRG-V gespammt, ganz viele verschiedene Kopien zu machen. Und diese Kopien würde ich mir dann nochmal kopieren. Und dann würde ich jetzt hier gleich mehrere Kopien immer mehrmals auslösen. Und das mache ich halt wirklich so lange, bis ich hier 110 Seiten habe. Geht aber super schnell. Ich kann jetzt hier ein paar Mal STRG-V drücken. Und wie man sieht, komme ich dann auch schon ganz schnell auf diese 110 Elemente. Habe ich diese 110 Elemente parat, dann kann ich auf der Seite hier diese PDF-Dateien zu einer ganzen zusammenfügen. Und das geht hier auf PDF zusammenfügen. Und im Endeffekt muss ich jetzt einfach nur per Drag & Drop einmal hier mit STRG und A alle Dateien auswählen und diese ganzen Dateien hier in das Programm einmal reinziehen. Habe ich das soweit getan, wird die PDF auch schon zusammengefügt. Und ihr könnt das Ganze hier völlig kostenlos runterladen. Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich die Zeit spart und sich einen Freelancer sucht. Und dafür würde ich euch die Seite onlinejobs.ph empfehlen. Da findet ihr sehr, sehr günstige Freelancer, die für euch für gerade mal 2-3 Euro so ein KDP-Interieur erstellen. Was ihr hierfür auch noch braucht, ist ein Buchcover. Und dieses Buchcover kann man sich auch auf der Seite für gerade mal ungefähr 5 Euro erstellen lassen. Kleiner Tipp hierbei, falls die Leute einen zu hohen Preis haben, sagt einfach, ihr möchtet gerne langfristig mit denen zusammenarbeiten und dann werden sie mit ziemlicher Sicherheit von dem Preis her runtergehen. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey Andi, ich kann vielleicht gar kein Englisch, ich kann mit den Leuten dort gar nicht kommunizieren, wie soll ich denn deutsche günstige Freelancer finden? Dafür gibt es die Seite Fiverr und auf Fiverr könnt ihr alle Arten von Dienstleistungen finden. Wir möchten jetzt in diesem Fall einen KDP-Interieur-Designer finden. Deswegen gebe ich hier KDP-Interieur ein, Eingabetaste zum Bestätigen. Da habe ich dann nämlich hier die Möglichkeit, unter dem Reiter Verkäuferdetails die Sprache umzustellen. In meinem Fall Deutsch. Dann gehe ich auf Anwenden drauf und schon finde ich hier auch deutsche Freelancer, die für gerade mal 5 Euro ein KDP-Interieur erstellen. So könnt ihr auf Fiverr auch einen deutschen Freelancer finden, der für euch ein günstiges Buchcover erstellt. Wenn du jetzt deine Einnahmen gerne noch erweitern möchtest, schau dir unbedingt hier auf der Seite das nächste Video an. Danke und ciao, ciao.